Heute ist schon der 5. Dezember und morgen ist schon Nikolaus. Seid auf jeden Fall morgen auch dabei, denn es ist was mega, mega krasses in meiner Socke für Isabel. Und jetzt schauen wir, was im fünften Päckchen drin ist. Hier sind unsere Socken für morgen, deswegen verpasst morgen auf jeden Fall nicht das Video. Hier ist deine Nummer 5. Dankeschön. Mach auf, mach auf, mach auf, schneller! Ja, damit du nicht so viel Mundgeruch hast. Hey, danke schön. Ich weiß, was es ist. Was? Wie Lou. Nein, mach auf. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Halt. Herzlichen Glückwunsch. Zum 5. Danke. Was ist da alles? Da ist alles, was du brauchst. Und morgen ist Nikolaus.